und ich sage willkommen zurück zu einer weiteren fantastischen folge idk gaming for you ich bin der dennis und wir spielen naruto shippuden ultimate ninja storm 4 und zwar die story jetzt haben wir gerade einmal die vereinigte front gespielt obitu hat den zehn schwänzigen in sich aufgesaugt und wir machen natürlich direkt weiter mit der nächsten mission der hokage und obitu also schön dass ihr eingeschaltet habt lasst mir gerne einen like und kommentar ein kostenloses aber da ich würde mich riesig darüber freuen guck mal in die video beschreibung rein da findest du nämlich den einladungs link zu meinem disco server und wir legen natürlich wie immer direkt los das ist das ist mein lieblings obitu mit dem kämpfe ich total gerne noch mal aber da war nach der hast du mal muss ich diese rohme vor auch schon mokvei shin no jesus ja so sasuke oh mein gott das wird so ein geiler kampf und wir können damit glaube ich dann auch die ultimative teamkombi auch ausspielen was mich ultra glücklich macht weil die teamkombi halt so op so geil ist einfach von den dreien mal gucken ob wir sie gleich zu anfang hinkriegen der hat so eine krasse range die attacken sind so op kein holz mehr nicht gut er macht aber richtig druck jeder junge teamkombi baby geiler scheiß ich liebe die kraft und ja das ist leider verdient nur ein kampfergebnis weil ich einfach mit meinem holz schlecht gehaushaltet habe und zu viel auf uns angekriegt habe nice holland 10 bg 入っている分すり抜けはできないか da Ja, das ist kein Problem. Ich würde mich nur anstrengen. Es gibt keine Werteilung für die Zukunft. Es gibt keine Werteilung für die Zukunft. Hä? Es ist ein Problem. Wenn du in der Vergangenheit wirst. Meine Damen und Herren! Was ist das jetzt? Das ist jetzt! Das ist der Schmuck in der Hand. Das hat er sich in der Luft gegründet. Das ist der zweite Mann! Es ist sicherlich! Er hat sich alles verletzt. Ah, das stimmt! Das stimmt! Aber... dieser Mann ist ein Schmuck. Ich habe jetzt den Schmuck mit dem Schmuck mit dem Schmuck mit dem Schmuck. Das war's für heute. Ich konnte das Gehirn nicht vergessen. Das war das, wenn ich sofort Obito zu diesem Zeitpunkt nicht erinnere, kann ich nun Obito nicht beurteilen. Ich könnte diesen Gehirn nicht sein. Ich hatte mich selbst nicht mehr aufgestellt. Das ist doch alles. Ich habe es nicht so, dass du wirst, was du zufrieden. Du bist nicht so, dass du wirst, was du wirst. Ich bin so, dass du wirst, was du wirst. Ich bin so, dass du wirst, was du wirst. Du bist so, was du? Bitte! Ich bin nicht mehr, okay? Ich weiß, woher wir w留意. Wer from know, von Konoha... von den nächsten Dank? Oder anderen. Dieser Name, die weiß ich nicht, was er wirklich verloren hat. Das ist so. Wie geht's euch das? Oh yeah, vernichte Obitubo, kämpfen mit Minato im Erwacht-Modus. Alter, das wird so geil. Mit mehr als 70% der Gesundheit gewinnen, 20 Treffer-Kombo, Geheimtechnik-Finish. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Oh, geil. Oh, voll vorbei. Oh, gerade noch so gekriegt. Ich habe zu wenig Holz. Oh, kaum habe ich es gesagt, kriege ich auf den Sack. Nein, das ist nicht gut. Okay, perfekt. Komm, schau und beam dich raus. Ich muss echt auf mein Holz aufpassen. Wie kann das sein, wenn ich schon wieder kein Holz habe? Alter, fick die Henne. Das ist eine ganz schwierige Nummer. Ich würde am liebsten neu starten. Kampfvergebnis B. Echt schlecht. Sorry, Leute. Und ich hätte halt eigentlich auch ganz gern noch die Vater-Sohn-Team-Kombi gemacht. So ehrlich. Und damit sind wir schon am Ende von der Jinchuriki des 10 Schwänzigen angekommen. Ich würde mich freuen, wenn du mir ein Like, ein Kommentar, ein kostenloses Abo da lässt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.